Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Make-Up Masterclass mit Maxim. Heute kümmern wir uns um unsere Kontur und ich zeige euch, wie ihr richtig konturiert und wie ihr die klassischen Contouring-Fehler vermeiden könnt. Das wird vielleicht für euch jetzt, wenn ihr das Video regulär schaut, ein bisschen verwirrend sein, aber ich möchte eine neue Reihe hier haben, in der ich euch die klassischen Schmink-Fehler zeige und wie ihr die vermeiden könnt und wir starten heute mit der Kontur. Es wird selbstverständlich für alle verschiedenen Aufgaben im Make-Up die richtigen Anwendungshinweise geben. Ich kriege jeden Tag Nachrichten. Kannst du mir zeigen, wie du dies machst? Kannst du mir zeigen, wie du das machst? Und damit ich immer auf ein Video verweisen kann, dachte ich mir, machen wir diese Reihe Make-Up Masterclass mit Maxim. Heute starten wir mit dem Thema Kontur, weil es für mich einer der wichtigsten Teile im Make-Up ist, die den größten Unterschied macht. Damit wir richtig konturieren, gibt es eine ganz, ganz wichtige Hintergrundinformation zum Thema Contouring. Was ist Contouring eigentlich und wofür wurde das gemacht? Zum Konturieren benutzen wir immer kühle Farben, denn wir wollen beim Contouring im Vergleich zum Bronzing etwas wegnehmen. Ihr müsst euch Make-Up immer so ein bisschen wie Bildmalerei überlegen. Wir arbeiten eigentlich nur mit Licht und Schatten in unserem Gesicht. In dem Moment, wo wir eine kühle Farbe platzieren, wirkt der Bereich optisch nach innen gedrückt. Wenn wir etwas Warmes hingeben, wirkt es etwas voller. Ich konturiere am liebsten mit Creme-Produkten, weil ich damit deutlich mehr Präzision über das Produkt habe im Vergleich zu Puderprodukten. Je nachdem, in welchem Zustand eure Haut ist. Sei es, dass ihr vielleicht eine etwas texturiertere Haut habt, weil ihr vielleicht unter Hautproblemen leidet oder vielleicht auch schon etwas mehr Struktur in der Hautoberfläche habt. Finde ich, ist die Creme-Variante immer die beste, weil ihr einfach viel, viel besser arbeiten könnt. Und wenn euch ein Fehler unterlaufen ist, den recht einfach wieder korrigieren könnt. Ich habe hier drei Produkte, beziehungsweise vier Produkte. Eins davon ist aber ein Puderprodukt, welches ich ganz gerne benutze. Ich starte mit dem günstigsten. Und das ist das hier. Das ist der Magic Shaper von Catrice. Wir haben zwei verschiedene Seiten an diesem Stick. Wir kümmern uns aber heute wirklich nur um diesen Contour-Stick. Und ich glaube, wenn ich die Farbe swatche, dann seht ihr schon, wie kühl diese Farbe ist. Die meisten Contour-Shades sind leider immer noch zu warm, weswegen man auch sehr gut mit Lidschatten arbeiten kann. Das ist dann aber wieder etwas für Puder. Und das, finde ich, ist schon eher ein bisschen schwieriger zu benutzen. Fehler Nummer eins. Der Fischmund. Wir haben es mit Sicherheit alle schon mal gesehen. Wenn man konturiert, dass man immer so macht. Das ist auch grundsätzlich gar nicht so falsch. Denn man versteht damit ein bisschen mehr die Gesichtszüge. Wenn man so macht, zieht ihr eigentlich nur die inneren Bäckchen mit rein. Daraus wird aber oft gemacht, dass die Kontur hier lang geht. Ihr seht den natürlichen Schatten schon bei mir. Ich möchte aber nicht unbedingt meinen natürlichen Schatten bearbeiten, sondern ich möchte mein Gesicht so formen, wie ich es will. Und das ist das Schöne an Make-Up. Ihr seid die Chefs. Ihr könnt selbst entscheiden, wie euer Make-Up werden soll. Und deswegen arbeite ich immer ein Stückchen drüber. Denn wir neigen dazu, beim Verblenden von Produkten immer so ein bisschen weiter nach unten zu gehen. Und je weiter ihr nach unten geht, desto komischer und unpassender sieht es aus. Deswegen arbeite ich lieber immer ein Stückchen höher. Und auch hier achtet so ein bisschen darauf, welche Definition ihr haben wollt. Ich persönlich als Mann möchte, dass meine Wangenknochen recht hoch sind und dieser Bereich hier sehr definiert ist. Deswegen konturiere ich für mich immer so ein bisschen anders. Die meisten konturieren aber nur hier hinten. Dort, wo der höchste Punkt der Wange ist, der ist hier bei mir. Und hier ist es der tiefste. Meistens geht der Kiefer eher ein Stückchen wieder raus und das Zentrum ist genau hier. Aber ich möchte das Ganze ein Stückchen höher setzen. Ich arbeite immer vom höchsten Punkt von meinem Ohr. Ihr könnt euch auch gerne mal im Gesicht anfassen. Ihr spürt den Wangenknochen, wenn ihr so ein bisschen vorsichtig drückt. Und da gehe ich einfach lang. Und dann bin ich hier parallel vom Ohr bis zur Nasenspitze und habe einen sehr geraden, fast schon 90 Grad Winkel zu meinem Kieferknochen. Ich setze ihn hier hinten an. Ich habe jetzt einen Bart, deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig. Gehe also ein Stückchen weiter vor und ziehe hier lang. Normalerweise würde man jetzt theoretisch einfach hier runter gehen. Aber ich setze ihn ein bisschen höher, damit ich mehr Volumen hier hinkriege. Ich arbeite auch gerne in dünnen Schichten. Ich trage lieber etwas mehr im Nachgang auf, als jetzt auf einmal zu viel. Zum Verblenden von cremigen Konturprodukten empfehle ich euch wirklich schmale Pinsel. Kleine Pinsel und schmale Pinsel. Ich habe jetzt hier einen aus Synthetika von Letizia Lemak. Das ist der T5. Der ist oben recht breit, aber trotzdem nicht zu fluffig. Und blende ich hier hinten langsam in kreisenden Bewegungen. Ich möchte einfach nach oben blenden. Und ich möchte, dass die Kontur mein Gesicht nach oben bringt. Und deswegen blende ich im Uhrzeigersinn in leichten, kreisenden Bewegungen. Und ihr seht es, ich gehe schon automatisch beim Blenden so ein Stückchen nach unten. Und habe schon die erste Kontur. Ich konturiere übrigens immer, bevor ich Concealer auftrage. Denn der Concealer deckt immer noch so ein bisschen Blendefehler aus. Und ihr könnt im Nachgang auch alles noch ein bisschen ordentlicher machen. Und das ist der Vorteil bei Creme-Produkten. Wenn ihr Puderprodukte bereits drauf habt und die an einer Stelle zu viel habt, ist es sehr, sehr schwierig, die wieder wegzukriegen. Der nächste Schritt ist, ich gehe gerne hier am Auge lang. Einfach um hier noch so ein bisschen mehr Bewegung nach oben zu kriegen. Denselben Pinsel und in kreisenden Bewegungen ausblenden. Damit wir auch hier wieder, wir haben hier einen dunklen Punkt, wir haben hier einen hellen Punkt. Und hier wird es wieder dunkler. Dadurch wird der Wangenknochen optisch größer. Weil ihr natürlich wie diese Sandwich-Methode habt. Und ihr bekommt einfach nochmal wie so einen kleinen Lift hier oben lang. Ich weiß, dass viele gerne ihre Nase konturieren. Und da würde ich euch empfehlen, geht nicht direkt mit dem Stick an eurer Nase entlang. Weil das einfach viel zu viel Produkt für eine kleine Nase ist. Dafür nehme ich mir einen kleineren Pinsel. Der ist jetzt von Real Techniques. Der Setting Brush. Der ist recht schmal, recht fluffig. Und nehmt nur eine ganz, ganz kleine Menge an dem Produkt auf. Ihr könnt auch erst in eurem Handrücken arbeiten. Nutzt eure Hände. Ich sage es immer wieder. Ich mache es auch immer wieder. Sättige den Pinsel sehr, sehr gut mit dem Produkt. Und gehe dann. Hier ist der vordere Bereich meiner Augenbraue. Einfach hier lang. Ich gehe nicht bis nach ganz unten. Weil ich finde, dass es dann recht schnell unangenehm aussieht. Recht schnell unnatürlich aussieht. Sondern nur hier an der Seite lang. Und dann hier oben so ein bisschen, um auch hier wieder die Nasenspitze ein bisschen nach vorne zu ziehen. Ich finde, bei der Nase sieht man immer am wenigsten im natürlichsten Fall. Und das ist der Vorteil. Man kann einfach nur so ein bisschen Schatten erzeugen. Überlegt euch, wo wollt ihr den Schatten haben? Und was soll dieser Schatten machen? Ihr könnt natürlich auch euer Gesicht schmaler wirken lassen. Indem ihr beispielsweise, wenn ihr sagt, ihr habt einen recht breiten Kopf, einfach hier einen geraden Strich macht. Dafür nehme ich jetzt einen größeren Pinsel und blende ihn einfach von oben nach unten aus. Und blende ihn so ein bisschen in den Haaransatz. Und optisch wirkt diese Seite deutlich tiefer. Jetzt haben wir den Schatten hinzugegeben. Jetzt müssen wir natürlich auch so ein bisschen Licht wieder zurückbringen. Und dafür eignet sich ein Concealer, der eurer Hautfarbe sehr nahe kommt. Er muss gar nicht so viel heller sein. Wir wollen einfach nur die Dimension ein bisschen verstärken. Dafür nehme ich einen Concealer, der meiner Hautfarbe nahe kommt. Und den Pinsel von eben, gehe ganz leicht rein und setze jetzt unter der Kontur, wie so ein halbes U. Und definiere den Wangenknochen nochmal ein bisschen aus und ziehe ihn hier hinten wieder hoch. Und ebenso da drüber. Das könnt ihr gerne mit dem Concealer dann machen. Aber für die anschaulichen Zwecke mache ich das jetzt einmal so. Parallel, alles parallel nach oben. Und im direkten Vergleich seht ihr diesen Unterschied. Das hat jetzt natürlich mit der Erklärung recht lange gedauert. Wenn ihr das drei, vier Mal gemacht habt, geht das super, super schnell, weil ihr irgendwann eure Gesichtsstruktur kennt und wisst, wo ihr das Produkt platzieren wollt. Einen kleinen Trick, den ich euch noch gerne mitgeben würde, ist Lippenkontur. Und zwar hier direkt da drunter. Dort, wo die Unterlippe den Knick macht, also wo sich das Lippenrot von eurer normalen Gesichtsfarbe unterscheidet, setze ich einen kleinen Punkt. Nur hier, nicht zu viel, sonst sieht es aus, als hättet ihr ein kleines Nutella-Brötchen gegessen. Und auch das blende ich aus. Dadurch erzeugen wir einen größeren Schatten und die optische Illusion, dass die Lippe ein bisschen größer aussieht. Wenn ich jetzt meinen Concealer auftrage, arbeite ich auch hier, passend zur Kontur. Unter meinen Augen und dann hier hoch. Und blende das Ganze richtig schön nach oben. Mit dem Rest am Schwamm gehe ich hier außen nochmal ein bisschen lang, um den Bereich wieder aufzuhellen. Und euer Gesicht ist extrem definiert. Falls ihr Puder benutzt, könnt ihr auch hier nochmal die Kontur etwas verstärken. Und zwar nur mit dem hellen Bereich hier unten alles parallel. Wenn ich kontrollieren würde, wären das alles parallele Linien. Und dann arbeite ich das mit der Quaste alles ein. Und so habt ihr in wenigen Minuten die perfekte Kontur. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, welches Thema ich als nächstes behandeln soll. Vielen Dank, dass ihr heute mit dabei wart. Und teilt das Video gerne mit jemandem, der das sehen muss.